Musik hier ja ich glaube ich kann es mir bauen sehr cool er sieht richtig krass aus ich guck mal was ich machen kann du hast lebensretter und lebensretter und von auto kommen kann man auch ein baby so neue spielzeug ist verfügbar ein spezialwerkzeug bandit haben wir jetzt gekriegt jetzt hat sie schluck auf habe ich wohl ein bisschen zu viel an ich gedacht so was brauche ich brauche noch irgendein erz was ich noch nicht kennen das ist kacke ansonsten das ist so ein viech was ich kenne wäre was anderes ich brauche irgendein teil das ich nicht kenne vom anja nut glaube ich ich guck mal rathian anja anja innenflügel was zur höhle was für ein ding ein vespoi innenflügel genau das dachte ich mir auch ähm ich kann mir vorstellen warum sehe ich keinen anja nut was ich sehe bei meinen waffen keinen anja nut baum darfst du nicht okay ähm nee und zwar kann ich mir vorstellen dass das äh dingens ist dingens ähm wie heißt das ich weiß es leider nicht äh 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 diese komische die mini insekten ja das ist einer einer so einer mini insekten ist wollen wir es noch mal probieren ich kann nicht mehr reden moment ich gucke wollen wir es noch mal probieren nee ich glaube nicht dafür noch nicht danke noch was anderes hm da gibt es ein werkzeug das ist interessant aber nee ok ok hier hätten wir noch was wir können noch ein paar also du brauchst noch was von anja nut hm weiß nicht ob es von anja nut vielleicht das ist auch noch von einem vier das ich einfach noch nicht gesehen habe ok also ich hätte ich hätte hier noch eins zwei drei vier andere viecher ok wir nehmen mal tobi tobi was mag tobi denn nicht ich glaube wasser ich guck mal nach hat er mich auch gibt eine andere wache jetzt nehmen was mag ihr nicht äh wasser glaube ich du hast gesagt du guckst nach Ja, ich muss erst mal nach unten. Und zwar... Tobi mag... Kein Wasser. Och, Manu, jetzt habe ich eine neue Feuerwaffe und er mag kein Wasser. Feuer mag er auch nicht. Aber Feuer nur auf zwei. Wasser aber noch mehr. Ich nehme den Feuerwaffe. Er macht mehr Schaden. Okay. Los geht's! Jetzt geben wir auf jeden Fall ein paar interessante Sachen. Ich habe schon angenommen. Lager eins. Ja. Ah ja, stimmt. Da war ja was. Los geht's! Würfeli! Würfeli, finden wir heute die Hühner. Warum gibst du mir ein Küsschen? Würfeli, gib mir eine Antwort, die mir gefällt. Zehn von zehn. Heißt das ja? Würfeli, bitte! Würfeli, bist du heute wieder ein bisschen sauer auf uns? Ja. Ja. Okay, warum denn? Würfeli, haben wir was Schlimmes getan? Ja. Nein, jetzt gibt uns Würfeli schon wieder ein Küsschen. Er trollt einfach nur. Bist du ein Troll, Würfeli? Würfeli? Was heißt acht? Hm, ich weiß nicht. Egal. Du musst auf Vorbereitung starten und drücken, wenn wir starten wollen. Ja, ich bin auch am überlegen. Aber was überlegst du denn? Gleich eine Fallgrube bau. Würfeli. Was überlegt Björn Sie? Du denkst über eine Firne auch? Ich mach grad noch, muss Sachen herstellen. Ich hab wieder so wenig. Nein, Würfeli nicht runterfallen. So. Breit. Los geht's. Chris hat immer noch nix gesagt. Nö. Okay. Ja gut, denn halt morgen. See you, Thieves, denn. Wenn morgen auch nix kommt, denn halt irgendwann. Hühnchen, 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 H Eigentlich werde ich in Tobis Revier, aber das ist kein Tobin. Ich bin Ratterlos. Oh, wie toll. Oh, Blitzkapsel. Oh, ich habe ihn, glaube ich. Irgendwas haben meine Glühwürfen gerade aufgeschnappt. Hier ist ein Tobi. Ich habe ihn. Ich habe Spuren von ihm. Ich habe ihn. Okay. In dein Gesicht. Feuerschaden. Ach, da oben ist er. Hä? Da bin ich doch vor kurzem lang gelaufen. Oh, das war schön viel Schaden. Oh, das hat Tuko getan. Hä? Also doch richtig, wo ich lange laufen bin. Du bist einfach gefüllt auf der komplett anderen Seite der Karte. Ja, keine Ahnung, die Viecher haben mich hierhin gelockt. Meine, meine, meine Glühwürfen sind genauso, so, so verpeilt wie ich. Oh, oh. Oh, oh. Ration ist da. Sehr gut. Wasser muss? Ah, hier musst du in der Nähe sein. Bin da. Hi. Wow, das hat gerade mal 20 Schaden gemacht. Nee, nee. Aber er ist vergiftet. Au. Oh. Tobi geht weg. Tobi hat keine Lust mehr. Und ich habe vergessen zu dingsen. Zu dingsen? Ja, zu essen. Tschüss. Ich glaube, wenn Tom mich jetzt einmal trifft, bin ich weg. Oh, oh. Wie geht's? Alles klar. Alles klar, der nehme ich nicht mehr mit an, jetzt geht's los. Meine Viecher sagen immer noch nichts. Sind stumm. Ach, jetzt machen die wieder was. Oh. Ah, 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 ich brennt. Ich hab keine Ahnung, was da gerade passiert. Oh, guck mal, die haben sich schon wieder getroffen, die zwei. Mist, ich war auch eigentlich beim Dings dran, an, am, am Dingens, am, am, an der Truhe. So, darf ich jetzt auch mal zuhauen. Oh. Der läuft da jetzt nicht schon wieder weg, oder? Oh, 105 Schaden. Oh nein, ich bin genau reingelaufen. Ich bin glückhaltig nur Nullbeeren dabei. Mist. Bleib stehen, Tobi. Ich bin auf ihn drauf. Okay. Findest du das gut? Ja, mein fertig. Ja, ich stech ihm das Auge aus. Amazon. Hahaha. Nicht unterlaufen. Warte. Warte. Ja, wieder hochlaufen ist gut. Nein. War gerade unten. Schön. In. Dein. Ge-sicht. Schade, ich hab nicht getroffen. Oh. Oh. Oh, er ist elektrisierend. Ja, er hat sich gerade eben aufgeladen. Ungünstig, weil ich nicht so viele Nullbeeren dabei hab. Oh. Hundertfünfzig Schaden. Oh. Der tat weh. Oh, er liegt. Au. Hä? Wie schnell kann er denn mit schon wieder aufrecht? Oh, Mann. Bleib stehen, Tobi. Das war schnell. Ja, ich mein, ich hab ihn auch mit einem Schlag einfach mal hundertfünfzig abgezogen. Das tat garantiert wie. Ha. Neisser Schaden. Jupp. Ich freu mich schon, wenn ich irgendwann mal Schaden machen kann. Ja, ich krieg nicht die Rohstoffe. Für mich fehlt irgendwie dieses komische blaue Erz nochmal und nochmal ein anderes Erz. Was ich bis jetzt noch nie gefunden hab. Ich würd die Game schenken, aber ich... Ne, das geht nicht. Aber das Erz hast du glaub ich auch noch nicht. Sicher, welches suchst du denn? Weiß ich nicht. Ah, ja. Das hab ich bis jetzt noch nie gefunden, deswegen kann ich das nicht wissen. Äh, okay, nochmal... Er hat den Baum umgenietelt. Auf. Fällt dir eigentlich auch auf, dass irgendwie jedes zweite Vieh aussieht wie ne Schlange von Sicht her? Oder von nem anderen Körperteil her? Mh, muss ich mal drauf achten. Ohhhh, Glück gehabt. Wann irgendwann nicht mehr elektrisiert? Weiß ich nicht. Hör mal auf elektrisiert zu sein. Möchte nicht mehr. Hallo Tobi. Waaaaaaau. Au. Ahtja, komm. Waaaaas. Der hat mich one-hitted. Das ist heftig. Nein, es war kein One-Hit. Ich war schon tot, deswegen... Also... Fangen wir nicht mit mir selbst fest. nein ein tobi böser tobi jetzt kann ich nach einem rettivierkampf aber das ist ein großer tobi ich glaube da kriegen wir eine menge sachen oder er ist müde nicht mehr tobi kann nicht mehr und tobi wurde gefeuert das wird gar nicht gefallen da liegt ein tobi teil direkt bei tobi wie mache ich die kamera aus ich habe eine klaue gekriegt wie ich eine schuppe tobi haut ab ich glaube er humpelt ich glaube noch nicht er war nur sauer hinterher er ist vergiftet au jönsi du bist gleich auch vergiftet wenn du im gift rumliegst au 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 getäubt katzi nicht wegrennen au au achso dann packst du doch rein endlich Oh, wie redet ich um? Danke. Der ist doch fast beteupt. Das muss doch hier gleich... 56 Jahre, ey, das tat wie... Der wird... Au. Oh, nee, halt auf. Tobi, warte! Du, 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 du. Jetzt sind wir im Zirkus? Jetzt mit Tobi und deren... Mit Zirkusmusik. Hm. Ich hab nicht, ob man die Katzen auch aufwerten kann. Also... Bessere Klamotten. Ja. Also, bessere... Heilmonster-Klamotten. Wenn das bleibt. Ja. Nice. Das sieht gut aus. Mist. Au. Au. Den bleibt Tobi. Nicht bewegen. Au. Au. Oh, du hast hier was gebrochen. Die erstmal alle wie die Geier auf Tobi gehen. Ich hab hier was gebrochen. Du hast hier was gebrochen. Armer toten. Aua. Aua. Oh nein, ich liebe Tobi. Oh. Achso, jetzt. Oh, wir können ihn einfangen. Das ist guuuut. Ja, Kassen. Mhm, mhm, hhm, 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 hhm. Na los, Tobi, leg dich hin. Ach, schönen Heier. Tobi, weißt du mich. Ach, du willst ja schlafen? Ja, dann komm her. Drei Fuß. Nice. Wir haben... Was waren da? Da war gerade noch ein Vieh. Ich habe es nicht gesehen. Ja. Ach so, so ein Vieh ist es. Nice. Ich habe keine schöne Sachen bekommen. Ich habe keinen Frostbeutel gekriegt. Was soll denn das? Ein Donnerbeutel. Hat doch keinen Frost. Das ist ein Donnervieh. Ups. Frost braucht mehr Legia. Ist doch fast das gleiche. Größtes. Nice. Habe ich doch gesagt, das ist ein großes. Das war ein großes Togen. Melde dich zu der Questpartner. Es ist Zeit, das Monster zu jagen, das diese Spur hinterlassen hat. Wenn ich komme. Aber sie sicher sind, das ist auch ein変. Szoo 2000 undац tamanho.